hey ho meine lieben neues video ja heute komme ich ungewohnterweise von der anderen seite warum ich glaube ich habe bei der ersten anfangsaufnahme das gericht falsch gesagt und das mache ich jetzt noch mal richtig ja da habe ich schon in der hand wir machen heute diesen hähnchen ananas curry mango topf mit reis ja da kann man doch schon mal was vergessen richtig lecker probiert habe ich natürlich schon legen wir los jetzt mit den ganz normalen aufnahmen ich gehe jetzt essen hey ho meine lieben wir machen heute einen hähnchen reistopf in curry mango soße mit kokos wo machen wir das ganze heute in diesen wunderschönen ft6 von petromax ohne füße dem ja www sicherstadt zur verfügung gestellt hat in der küche richtig leute wir tun heute indoor topfen warum tun wir indoor topfen mich hat ein fan angeschrieben und hat gesagt er hat nicht die möglichkeit für draußen und 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 habe ich zurück geschrieben gar kein problem dem topf ist es eigentlich ganz egal woher die hitze kommt ob vom gasgrill von der kohle vom raketenofen vom lagerfeuer aus dem backofen oder direkt von der herdplatte ja und wir haben induktionsherd und auch da funktioniert es also deswegen herinnen gehen wir rüber schauen uns die zutaten an naja und um ganz ehrlich zu sein bei uns haben heute in der arbeit und heizungsausfall und ich habe keinen bock mehr noch mal raus zu gehen ich habe heute genug gefroren aber jetzt darüber so freunde da haben wir die kleine aber feine übersicht ja drei schalotten danke schatz dass du schon fleißig am schirm bist dann habe ich 1,2 kilo zirka hähnchenbrüste sind sechs stück die werden wir dann auch gleich klein schneiden eine mango eine gut gefüllte grillschank die tasse reis ihr wisst ja nur in der funktioniert oder auch eine andere dann an orangensaft brauchen wir ananas in stücken kokosmilch bisschen zitrone des weiteren dann noch currypulver gutes salz pfeffer und zucker und ein schluck wasser also wir schneiden das jetzt alles komplett fertig und dann sehen wir uns auch schon am topf wieder für leute der gewaltige vorteil ist das ding ist schneller heiß als die polizei erlaubt und wir tun jetzt hier unser hähnchen im öl etwas anbraten sonst dazu muss ich hier natürlich an machen deswegen hintergrundgeräusch aber man sieht schon geht auch auf märz wunderbar erste ladung soweit angebraten und was sie wieder raus wir haben ein paar schöne röster oben sind auf alle fälle dabei das reicht schon dann können wir gleich dann die zweite ladung hinein tun und die zweite und letzte ladung hier noch anbrutzelt ist mir noch was wichtig ist eingefallen wir brauchen ja noch ein ingwer auch noch ruck zuck so ein stückchen geschält das reicht uns vollkommen aus das wird jetzt auch komplett klein gehäckselt und ja wenn ihr euch jetzt fragt wie ich das so schnell geschält habe ganz einfach mit so der mango ist auch schon klein geschnitten gleich geht es weiter so freundlich ihr seht ich habe mir schon ein stückchen butter bereit gelegt das kommt jetzt gleich hinein und hier drin tun wir jetzt die schalotten und den ingwer gleich ein bisschen anschwitzen wenn jemand noch ein chili mit leitung möchte kann ich das hier auch gerne tun die wird dann auch mit angeschwitzt wir verzichten da drauf so ganz kurz anschwitzen als nächstes können wir hier jetzt gleich ein curry eurer wahl nehmen sehen wir mal drei teelöffel da kommt dreier halb kokosmilch dann die gleich mal die kokosmilch ordentlich aufschütteln kann man auch gleich mit hinzugeben wir brauchen ja viel soße das wird ja ein one in all gericht oder all in one gericht wieder dann und für dieselbe menge an orangensaft und nochmal dieselbe menge erstmal an wasser da braucht man noch mal einen schluck wasser obwohl ich habe den anderen saft auch mit rein schatz dann brauchen wir nachher keinen zucker mehr rein tun und nochmal eine halbe dose von dem wasser dann tun wir das ganze unter rühren leicht aufköcheln jetzt hätte ich fast unsere zitrone vergessen so dann haben wir noch ein bisschen zitronensaft mit drin und ganz 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 zum schluss tun wir es noch mit salz und pfeffer abschmecken aber wie gesagt erstmal aufköcheln ja leute da fängt auch schon zum brodeln an das ist dann eigentlich auch schon der zeitpunkt wo wir unsere kompletten restlichen zutaten hinzugeben können reis mango und ananas habe ich das eigentlich am anfang vom video gesagt ananas hähnchentopf keine ahnung zumindest steht es dann am schluss in der beschreibung drin in der überschrift so dann reguliere ich mal die temperatur gleich runter dann tun wir unser angebrutzeltes hähnchen auch gleich mit hinein möglichst ohne dass wir hier was voll spritzen bis auf salz und pfeffer haben wir jetzt alles drin ich glaube salz und pfeffer stelle ich einfach mit auf den tisch dazu da kann man es dann noch individuell abschmecken das ist glaube ich die beste möglichkeit überhaupt und was soll ich jetzt dazu sagen wir gehen jetzt in die große pause und den deckel drauf und lassen es bei geringer hitze vor sich hin köcheln bis der reis schön aufgegangen ist bis nachher so freunde zehn minuten viertel stunden später ich habe es kurzzeitig mal auf sechs gehabt jetzt wieder auf fünfer halb schauen wir ganz einfach mal rein ja es brodelt wunderschön genau richtig ja der reis braucht definitiv noch ein bisschen lassen wir es ganz einfach weiter brodeln freunde schatz hat gesagt warum ist nicht gleich salz und pfeffer zu machen wir das halt wenn sie das gerne möchte gar kein problem aber erst einmal ein probiererle ja da kann auch noch ein curry hinzu definitiv so jetzt ist hier dann pfeffer damit wir eine mengenangabe haben vom pfeffer machen wir hier mal zwei teelöffel und Salz 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 auch noch mal zwei jetzt kommt man der Sache schon näher ich hoffe ihr habt es mitgezählt wie viel salz pfeffer und curry das jetzt insgesamt war gut jeder curry ist etwas anders in der stärke da müsst ihr euch halt rantasten ich werde jetzt gleich meinen schatz rufen ich darf jetzt dann mal selber probieren dann schauen wir mal was sie sagt Schotzi Schotzi kommst du mal zum probieren ich habe dir auch extra den Löffel nochmal abgespült eine leichte Schärfe hat es aber nur eine klitzekleine ich denke das ist gerade richtig also mir schmeckt es mal richtig lecker jetzt bitteschön wir sind gespannt die Spannung steigt der Löffel wird zum Mund geführt gut gut na wunderbar dann machen wir jetzt den Deckel wieder zu und lassen die ganze Geschichte weiter brodeln ein bisschen Ingwer lastig das finde ich jetzt gar nicht finde ich schon ich habe ja noch eine Zitrone auch noch reingepresst jetzt lass es erstmal fertig köcheln dann probieren wir es ja Freunde ich habe vorher gerade den Deckel geöffnet um nochmal zu gucken und ich würde sagen es ist fertig na dann Schöpfkette an mich noch nehmen wir uns doch gleich einmal was jo und da ich es am Anfang falsch gesagt habe glaube ich mache ich jetzt das Intro nochmal also ihr wisst jetzt an welcher Stelle das Intro aufgenommen wurde gut und Probiererle gibt es natürlich auch gleich jo hey die Aufnahme fertig dann kann man jetzt das richtige Probiererle machen also ich war ja früher nie für Mango zu haben ich weiß gar nicht warum das Zeug ist lecker erst einmal ohne Hähnchen richtig geil immer noch kalt aber sehr fruchtig wow man hätte es jetzt noch mit Mehl eindicken können aber braucht es gar nicht wunderbar einfach nur wunderbar mhm mhm Leute ich esse jetzt mit meinem Schatz und danach wir sehen uns nochmal zum Gesamtfazit obwohl von mir habt ihr es ja schon gehört ja wir sehen uns nachher nochmal tja Leute wie könnte es auch anders sein wenn ich beim Fazit nicht noch ein aber hätte mein aber ich habe die Sahne vergessen ich wollte eigentlich am Anfang die Sahne gleich mit raus stellen habe es aber total vergessen und zum Schluss habe ich die Sahne jetzt komplett vergessen gehabt aber mein Schatz hat dran gedacht die Schaufel die Schaufel gerade richtig also ich glaube ich habe mal wieder richtig lecker gemacht oder Schatz schmeckt sehr gut aber aber ingwerlastig es ist ein bisschen ingwerlastig Leute passt es ein bisschen auf mit dem Ingwer wer Ingwer gerne isst kein Problem also mir ist es fast zu viel Ingwer ja aber schmeckt immer noch genial ja trotz zu viel Ingwer ein super Ergebnis und Leute ihr habt es gesehen ihr könnt es auch mit so einem Topf ohne Füße in der Küche arbeiten dafür muss ich wirklich nochmal tausend Dank an www.sicherstadt.de sagen ohne die hätte ich jetzt dieses Video so gar nicht machen können gut das war es aber jetzt genug der Werbung und was soll ich sagen nachmachen ausprobieren selber schlemmen Leute wir sehen uns tschau heute machen wir endlich den lang ersehnten Grünkohldopf leider muss Patrizia arbeiten ist also nicht dabei muss doch den Deckel darüber wuchten Dankeschön Schaut das mega aus